Hallo und willkommen zum Belvedere-Programm. Falls Sie uns über die iMOOX-Plattform gerade kennengelernt haben, möchten wir Sie vorab darauf hinweisen, dass dieser MOOC nur ein Teil des gesamten Belvedere-Projektangebots ist. Wir laden Sie hiermit ein, mehr über unser Projekt zu erfahren. Wir sind ein Team von sieben Organisationen aus vier Ländern und haben für soziale Organisationen und deren Fachkräfte ein Lern- und Schulungsangebot entwickelt, um Begleit- und Übergangsprozesse mithilfe digitaler Technologien zu unterstützen. Die Abkürzung Belvedere bedeutet berufliche Bildung mit dem Ziel einer Vermittlung benachteiligter Jugendlicher und Erwachsener mit Unterstützung digitaler Medien. Unser Projekt wurde im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms der Europäischen Union gefördert. Mit Belvedere können Sie also Ihre eigenen digitalen Kompetenzen und die Ihrer Mitarbeitenden oder KollegInnen stärken und bekommen relevante pädagogische, methodische und organisatorische Strategien an die Hand. Wir haben im Wesentlichen drei Dinge für Sie entwickelt. Erstens ein Curriculum und Materialien für Seminare, Kurse, welche Präsenz und Online-Lernen miteinander verbinden. Zweitens ein Online-Kurs für selbstgescheutes Lernen in Form eines Massive Open Online-Kurses, ein MOOC, der auf der iMOOC-Plattform der TU Graz bereitgestellt wird. Drittens eine Toolbox mit von uns im Projekt evaluierten und erprobten Beispielen für Informations- und Kommunikationstechnologien, die von Fachleuten eingesetzt werden. Sie können sich und Ihre KollegInnen somit selbst in diesem Bereich weiterbilden. Um herauszufinden, wie ausgeprägt Ihre digitalen Kompetenzen oder die Ihrer Mitarbeitenden bereit sind, bietet Belvedere ein Self-Assessment-Tool. Auf der Basis von DickComp.edu Framework und Incluedo stellen wir Ihnen alle Kurse und Materialien in vier verschiedenen digitalen Kompetenzlevels zur Verfügung. A1, A2, B1, B2. Somit ist für jede und jeden etwas dabei. Mehr dazu können Sie in diesem Video erfahren. Außerdem bieten wir noch einen extra Kurs für Führungskräfte an, der Ihnen hilft, Ihre Prozesse innerhalb der Organisation digital zu transformieren. Alles kostenlos und unter der Creative Common Lizenz CC BY. Unser Curriculum und die Kurse basieren auf einem von uns entwickelnden Modell. Dieses versucht, den Prozess der Begleitung unserer alltäglichen Arbeit zu vereinheitlichen und abzubilden. Eine sozialpädagogische Fachkraft durchläuft in Ihrer Arbeit mit Teilnehmenden also meistens diesen Prozess. Für jede dieser Phasen, die wir in Boxen eingeteilt haben, stehen Ihnen einzelne Lektionen in Form von Modulen zur Verfügung. In jedem Modul bekommen Sie jeweils ein Curriculum inklusive Lehr- und Lernmaterialien, passenden Videos und Micro-Learning-Units, die mit unserer LearnPress-Seite verbunden sind. Unser Kurs ist also modular aufgebaut, flexibel buchbar und einsetzbar mit insgesamt 20 Modulen und ca. 80 Stunden Lernzeit. Davon sind 50% synchron und 50% asynchron. In diesem Kurs wird ein Planet-Learning-Ansatz mit Online- und Präsenzsitzungen umgesetzt. Face-to-Face bedeutet, dass sich die Teilnehmenden zu bestimmten Zeiten entweder physisch oder virtuell treffen, um Themen zu diskutieren und sich auszutauschen. Unser Programm fördert berufliche und pädagogisch-didaktische Kompetenzen sowie die digitale Kompetenzentwicklung der Lernenden. Auf der iMOOX-Plattform der TU Graz haben Sie die Möglichkeit, in Form eines MOOCs die wesentlichen Informationen in einem kompakten Selbstlernformat vermittelt zu bekommen. Wie das konkret funktioniert, können Sie in diesem Video erfahren. Einige der Videos finden Sie übrigens auch in unserem Curriculum. Last but not least möchte ich Ihnen unsere Toolbox vorstellen. Wir haben für Sie einige digitale Tools ausgiebig getestet und 40 davon ausgewählt, die Sie in Ihrer Arbeit einsetzen können. Diese haben wir auf unserer Website gelistet, in Kategorien, die unserem Phasenmodell entsprechend eingeteilt, mit Tags versehen, deren Einsatzmöglichkeiten und unsere Erfahrungen damit beschrieben. Sie wollen zum Beispiel nach einem Tool in englischer Sprache suchen, das Ihnen bei der Qualifizierung Ihrer Teilnehmenden hilft und finden anhand der Kategorien und Tags Task Cards. Durch einen Klick gelangen Sie zum Tool, erhalten detaillierte Informationen und können mehr über unsere Erfahrungen und Beispiele für eine gelungene Anwendung lesen. Einen guten Überblick über das gesamte Angebot von Belvedere finden Sie natürlich auf unserer Website. Und nun viel Spaß beim Lernen. und einen Schauspiel dafür betr 350 Minuten, überall Brokene Wrestling oder Durch ein Argument mit Berge mit Bäumen. Werke sich wascende Copern an, sehen Sie bei euch, für die